So, Sekunde. So, ich checke gerade, ob der Stream vernünftig läuft. Oh! Ich sehe gerade, Jackie hängt im Hintergrund. Grüß dich, Jackie. So. Dann wollen wir doch mal weiter gucken. Gut. Ich habe nur gerade kontrolliert, ob der Stream bei mir flüssig läuft. Und das tut er. Planet Brimstone 2. Das wäre natürlich fürchterlich. Das wollen wir nicht. Und deswegen... Drucker. Conniff says we'll be going off the transport soon. Just one thing to remember with big ships. Missiles. Save your missiles for the mothership. And then kill them. And with a maniac as well. Because he's a fucktart. Hashtag fuck maniac. Ich möchte so gerne, dass das heute nicht so gut ist. Maniak. 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 Ich möchte so gerne, dass das heute ein Ding wird. Hashtag fuck maniac. Find ich gut. Maniak. Under this blockade, the planet is desperate for munitions and supplies. Vampires dispatched dozens of Darkia sports. Hopefully at least a few of them will get past us and into Brimstone 2. our mission is to make sure they don't get there hmm tracker you and maniac are first up go kill the sports kill maniac get home hashtag fuck maniac ja ja solange starbfeuerraketen habt sollte es kein problem sein every transport gets past us ja ja komm knall die transporter ab dann die jäger und dann ist gut maniac kümmert macht doch eh seinen eigenen scheiß klack so dann machen wir mal go for it ja dann na tut man so eh deinen eigenen scheiß jaltis na geil o da freuen wir uns dann natürlich drauf so maniac du fliegst direkt frontal drauf das ist die beste taktik gegen jaltis echt glaub mir einfach mal siehste frontal drauf zugeflogen thema durch komm schon maniac ich würde dir sogar den kill schenken ich widme ihn deiner mutter genau so wie letzte nacht booyakasha das musste jetzt sein ich hab noch ein paar sachen gut bei maniac äh was ist das denn was ist ein kajar ach das ist ein is named one das ist natürlich kacke jaha ist ja ok maniac kümmer du dich mal darum mach dich mal nützlich komm schon raketen go jetzt kümmern wir uns um den rest ich nehme erstmal den named one begin dann dann komm 7 ti 6 ja bis bis Ist doch derjenige, der gerade mit Nachbrennern sich verpisst, hm? Sag mal, Maniac, machst du irgendwas? Nö, scheint nicht so. Okay. So, jetzt können wir mal hier mit den anderen aufräumen. Na, willst du fliehen? Tatsächlich, der will fliehen, oder? Ja, hau ab. Hau ab, du Katzen. Willst du doch nicht abhauen? Ja, doch. Booyah. So wird's gemacht, Maniac. Und deswegen darf ich auch als erstes landen und du nicht. Ja, ein bisschen Spachtel drüber und dann geht das. Ground-to-space-missiles. Oh. Ja, natürlich wusstest du das. Weißt du, ich würde jetzt gerne von hinten so, patsch. Und ein Named One. Ich habe einen Elite-Piloten abgeknallt. Nur für's Protokoll. Ich habe den Transporter und den Elite-Heini abgeknallt. Komm schon. Blue Lions. Black Lions. Was auch immer. Das Raptor-Geschwader. Star Slayer Squadron. Das war das Letzte. Blue Devils. Killer Beast. Black Lions. Und Star. Killer. Dingens. Das war das. Und damit gehört Brimstone und uns. Na, Maniac. Aha. Always studying, planning, just fly, I say. Anybody in the claw, you don't mind flying with Squirt? Let's watch the Squirt cracks. Couple of Piles I don't mind flying with. Windan zum Beispiel. You're not a bad hunter. Almost as good as me. Ja, klar. Und da ist Iceman. Ice is scary, man. And I mean, I'm in this for the flying. He's in it for the killing, I think. Ja, ja, Maniac. Du dummatz. Come on, mate. Maniac's teaching me how to fly. Can you believe it? Someone better. You're dangerous and not just to the Karezi. I'm dangerous. I'm dangerous. That's from the guy who goes to after Burneth the instant he smells a target. Well, at least I go after him. I hate to admit him, mate, but you're right about some of the old guys. Knight, Paladin, some others. They must be cat lovers. Oh, pacifists. But don't lump me with a lot, mate. I'm all Kira. Kira blood. I smell the mess. You're good. So, so. Dakota System. An agro. Ach so. An agro-colonie. Da werden wütende Hip-Hopper gezüchtet. Waited to call for help. That's bad news. Watsons can wipe out a whole city in just a few weeks. Oh, holy shit. Das ist nicht gut. Wo stehe ich denn? Hm, hm, hm. Platz 2. Wo steht Maniac? Oh. Maniac hat Spirit überholt. Wow. Oh my God. So. Wollen wir doch mal. Weißt du, mir fehlt jetzt eigentlich noch der Silberne. Ich möchte meinen Silberstern haben. Oh, fuck. There's been an outbreak of Watson's disease here. It's spreading across the fourth planet Fargo like wildfire. Don't get a vaccine down there soon. That colony is history. We're in order to provide primary cover for medical transports. Oh, fuck. Your job will be to cover the Draymans as I come and go. Gamma Wing will consist of Trucker and Knight. Neid. Wer ist Neid? Wer von denen war Neid? Neid? Neid. Ich überlege gerade, wer Neid ist. Ich wette, ich habe jetzt schon mit ihm gesprochen. Ist das nicht der... Schwarze? Ha, wusste ich's doch. Ha, gut geschätzt. Ne, steht da nicht rum wie die Ölgutzi. So, Knight. Dann wollen wir doch mal. Set Weapons to full. Und ab die Post. Knight. Lass uns hier mal aufräumen. Yaltis. So, so. Äh, Saltis. So rum. Hä? Wieso, wieso hast du keinen einzigen Treffer kassiert? Na, komm schon. Boah, hallo? Heute haben wir's aber. Na, also geht doch. Äh. Ich hoffe, meine Rakete macht jetzt nicht so viel Schaden, dass das Ding knackt. Willst du wohl fliehen, hä? Nope, ist nicht. Ugh, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Oh, der wird ja immer schlechter. Oh, der wird ja immer schlechter. Das ist vielleicht nicht das Beste, was wir Affen zu bieten haben, aber es ist zumindest nicht Maniac. Jawoll, ja. Das war genau das, was ich jetzt gebraucht hab. Ich weiß, das sag ich jetzt ungefähr bei jeder Feindgruppe, die auftaucht, aber... Yaltis machen's jetzt nicht besser. Aber wenn man die erstmal von hinten hat, dann ist es relativ einfach, die zu knacken. De Ja an die Geh, wo ist die sag mal neid willst du nicht mitspielen oder so ich meine ich bin da ja nicht so aber nur daneben stehen und zugucken ist jetzt irgendwie ungeil oder na Jungs wie sieht's aus einmal Tigersclaw und zurück Duh 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 Pfff wir müssen uns so langsam sogar dem Finale nähern Duh 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 D aus dem scheiß Fenster. Alter. Willst du mich dumm anmachen? Ey, ganz im Ernst. Da kriege ich meine zweite Blechenmedaille. Na, was kriege ich? Wieder nur Bronze? Oder kriege ich diesmal was besseres? Silber! Jawohl, da geht mein Silberstern. Nehme ich doch gerne. Nehme ich sofort. So gehört sich das. So gehört sich das.